ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Uwe, ohne Witz. Ich weiß, es ist krank, ne? Ja. Ejolo. Ach du Scheiße. Hoffentlich gibt es kaum. Oh, jetzt eskaliert es, ohne Witz. Aber ey, das war genau richtiger Moment sogar, würde ich sagen, Nico, ne? Deiner, 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 ja! Nein, ja, oh Gott, ja! F***! Nice, man! Oh mein Gott, Alter! 1700 mit, wie viel? 325, Alter! GZ, Mallerfucker, GZ, Mallerfucker. Oh mein Gott. Und da kam, ey, da kam, der Failsknife-Kranke, Alter. Ja, Mann, ohne Witz, du bist im genau richtigen Moment reingegangen. Alter, Falter, Mann. GZ, Budi, gut, GZ, Mallerfucker. Geil, Alter. Was ich dazu sage? Geil. Kalt. Freuen wir uns. Darf ich, ihr habt, ihr habt eine halbe Minute. Alter. Freuen wir uns da, um geliebt zu werden, Kinder. Ich wünsche euch bei euren Träumen, alles gut. Der Reste der Welt, hier wird jetzt erstmal ausgecashed. Sehe ich, Value, mhm, 1500. 10 plus 7. Nice, GG, Alter. Easy, Mann. F***. ging, Lo, jaja. . Cheg, Bro. Ich hals, ich chill. Wir졌en, einen renanb okay, wir mit der Rede. Ich-Hallala, ich sage sagen 16. Ich bin ein Ich.